Alles klar, wir machen noch ne witzige kleine Runde War of the Roses mit exo-exo-evenge-gevin. Ja, auf den! Was? Ich hab nicht mit dir geredet. Ah, ja, ja. Das sagen sie alle. Wo bist du angegangen? Äh, die roten. Wie immer. Irgendwie, keine Ahnung. Zwei Asset-Noobs, das kann echt nicht schaden. Ja. Ich hasse die Typen eigentlich, weil die so nervig sind. Also, so wie du? Ja, ja. Aber dieser Ole Kicker ist bei euch. Ja, gg. Was solltet ihr eigentlich easy spielen haben? Pokemon? Fakamon? Alter, das sind alles SZ-Schuchteln. Ne, das sind nur zwei. Hab ich immer gewundert, hä? WTF? Ich kann doch nicht lesen. Also, oder? Ja. Gibt's doch gar keinen Grund für. Ja. K Schau. Ja, komm. Dieses Spiel mit dem... Das ist ein Hàng von Haarm können, was wir keinen Sinn macht. Teilweise. Oh, im SZ-Tunner kann man Sinn machen. Warum sollte er in der Kampfversicht das Spiel machen? Du denkst ziemlich falsch und kaputt. Ich hab mal ganz ehrlich gestehen. H1 und Kill, du Lappen. Du Backfisch. Woher zieht er denn? Was hat der Verbot? Ich bumse dich aber weg, hast du davon? Jetzt weckt er mich auch noch. Es ist gut, dass ich gerade Orientierungsschwierigkeiten habe und nicht gewusst davon. Ich trau dich raus. Hast du heute Rampel draußen? Ich dachte schon, du bist hier oben. Ich dachte schon, du bist in Gefahr. Ich muss erstmal die YouTube-Norm bringen, natürlich. Komm jetzt einfach her. Raus. Ne, Oleg dir ein kleiner Godzilla. Oh, ich hab den Schild mal getroffen. Ey, gar nur Waff, du. Ja, sicher. Irgendwo, ja. Insta-Kill durch. Was muss man für ein tolles machen, um nochmal Juden-Kill zu bekommen? Was? Was muss man machen, um den Juden-Kill zu machen? Was für den Juden-Kill? Ja, Insta-Kill. Ja, weiß ich nicht. Kopf-Treffen. Hat der Biene. Sachen machen. Ja. Durch 2.000 Mal in die Sekunde, aber pfff. Ja, über 100 Damage halt. Ja. Mit Herzschutz. Du sollst nie. Natürlich. Nein, du tutest mich nicht. Natürlich. Ja. Ja. Und selber heilen. Ja. Jetzt kommt wieder die Super-Alles-Zerfick-Super-Schwucht. Ja. 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 Da sie nicht alle Russen vom Hinterhalt banden wird. Wider sie sich gut versteht mit Russen. Beziehungsweise. Sorry. Aber du hast dieses Schicksal selbst ausgesucht. Du könntest ja einfach mit mir spielen. Nein. Wird da soviel dran ändern, ne? Ja, ich könnte dich beschützen. Meine Liebe, meine flammende Liebe zu dir würde dich beschützen. Sicherlich. Das ist ja ein ewig brennendes Feuer, keiner könnte dich probieren. Ja, sicherlich. Ja, ich kann auch romantisch sein wie der Drachenlord. Würde ich mich eh sofort instant opfern? Ja, das auch, aber nur für ein höheres Boden. Oh, leg mich. Leg mich. Aber nur für ein höheres Boden. Nur für ein höheres Boden. Das ist ja ein Sperrmensch da, der geht mir auf den Sack. Weiß nicht wer das ist, aber der geht mir auf den Sack. Ich hoffe du bist diesmal eine Rotter gejoint, weil dann kannst du sie alle tehen und dann... Keine Ahnung, nö. Oh nö, jetzt ist dieser Obleck hier wieder am rumhecken. Ich glaub's ja nicht. Psst. Aber Matt will ja besser, als du bist. Ja sicher Matt ist, weil er grad mit seinem... Entweder mit ner todesverpackten Waffe rumspäigt oder... Oh. Weil er entweder mit ner todesverpackten Mistwaffe rumspielt oder einfach... Was weiß ich... Ich mein, die Sache eben mit der komischen Wand, das war schon irgendwie merkwürdig. Hi. Das warst du gar nicht verdammt. Ich hätte dich jetzt echt für so blöd gehalten, dass du einfach so die Leiter rutschernst, obwohl du weißt, dass ich hier bin. Wie auch instant durchspawn, was geht bei ihm falsch? Er hat sich instant verpisst. Mann, ich bin ein Fernkämpfer. Wo willst du denn hier? Voll daneben, du Lappen. Ja, ich hab'n Hammer, Alter. Dein Schildchen ist gleich im Arsch. Oh, ich hab'n irgendwie gekillt. Nein, scheiße, ich hab' den Fall schon wieder abgeschossen. Ja. Ach, dieser... Cool, Alter, der schießt immer aus der ganz coolen Position immer ab. Motherfuck. Oh, Headshot. Natürlich wieder kein... Ich mein, ansatzweise instant... äh, instant oder so. Naja, wenn er halt nen Helm auf hat oder sowas, dann ist das schwierig. Das interessiert mich doch nicht. Ja, dich nicht, aber du spielst schon. Pff, das interessiert sich doch auch für gar nichts. Sonst würdest du es wenigstens blocken, wenn ich sage blocken. Oder in die Richtung blocke. Du musst es halt gucken und nicht nur blocken. Du musst es halt mit deiner ganzen Seele wollen. Du musst es halt mit deiner ganzen Seele wollen. Nicht nur so ein bisschen. Ja genau, er ist einfach, äh, untreffbar, wenn man ihn blockt. Sicher, wenn man in die Fresse schießt. Schlägt, fickt, was auch immer. Was zum Teff ist mit dem Tüten hier los? Was machst du denn da, soll ich sagen? Ja, Sachen. Lass mich in Ruhe. Hi. Wie ist das? Ja, ich kann es halt, ne? Mach nichts, du stößt gleich. Du bist markiert, halt. Die suchen dich schon. Weißt du, was ich mag als du Armbrustschützer? Antäuschen. Wenn du grad auf einer erhöhten Position bist. Und der Gegner mit einer Leiter hochkommen könnte. Und du den Schuss versemmelt hast. Dann lädst du langsam nach. Nicht so schnell wie du kannst, sondern langsam. Und er denkt dann, ach, da kletter ich hoch und fick ihn weg. Und dann, haha, Speed Mode activated. Ach, natürlich, von wo? Als ob, du blöde Wichse. Du blöde. Der ist so blöd, selbst seine Wichser hat nie dringend Kuh. Als ob er da war. Na, warte. Nimm mich von hinten, du Stück. Wenn ich dir wieder meinen Hammer in den Arsch rammen muss. Na komm. Er hat verschwunden tot an, oder wie? Oder beide ist verschwunden und tot. Ja, tot geboren. Ja, Mist. Ich hab ihn nur in den Rücken schießen können. Ja. Er ist verschwunden. Der Typ läuft an ihm vorbei anscheinend. Interessiert sich halt nicht. Okay, ja. Großes Spiel. Wieder da, wo da gerade eben einer vorbeigelaufen ist. Aber hey, Juno. Hier. Das ist mein Messer. Oh, du Messerslater. Ah, Fick dich. Du Jode. Nein. Glück gehabt. Ja, Superschwert. Pass. Pass, pass, pass. Ich hab ihn gerade über die Ecke fliegen sehen. Ich hab Kolambor vermordet. Wer wird jetzt seinen Mordfall lösen? Wer wird jetzt seinen Mordfall lösen? Es gibt keinen mehr. Oh Gott. Das war witzig. Aber so Bluff wird schon. Ganz stumpf. Nicht ganz spitz? Nö. Ich hab ihn ungespitzt in den Boden gerammt. Guss! Glebal weg, du Hacker. Nein, ich seh immer das Wichsfeu da hinten, dass das du bist, ey. Aua. Ich bin hier oben, leider. Jaaach du hast jeder Scheidere nach Dings am Brust, auf dem hab ich die Stärke rekt. Du drehst da so ein Lüpfleger bei Dick Derova. Naja wie so ein Golem der sich freut dass er dich umgeworfen hat. Obwohl ich dich umgeworfen habe. Achja? Ja spawn halt ins Sinn. Schämen wir das nochmal. Ich hab das in der Judenhafteste Stelle die man überhaupt spawnen kann. Jaa. Ich hab halt Teleporting und so. Ja merk ich. Hä? Was hat er denn gemacht? Er hat sich gebürgt seinen Freund aufgehoben oder was weiß ich zugemacht und hat den beiden nach mir geschossen. Hä? Oh instant mäßig ne? Angeschossen. Ja nöö er hat nicht getroffen aber. Nö ich meine hier gerade eben nicht mich. Ah wer ist denn da? Wo ist das Moschel wieder? Nein lass mich doch. Ich wollte. Ach du bist doch ein Jude alter. Sorry. Ah deine Mutter. Hey deine. A killstreak immer? Ja deine. Ah jetzt wird er med. Das tut mir leid. Deine Mutter wird med. Ah. Sei doch nicht med mein kleines. Mein junges Fohlen. Eines Tages wirst du in meine Fußstopfen verhäten können. Nö. Will ich aber nicht. Wollte trotzdem anschießen. Jaaaa. Es ist klar. Mir gefällt ja mein Schild. Ich hab dich markiert. Oh da kommt ein Typ. Was zum Teufels mit dem Typen weiß. Er hat Krebs. Jaaaa. How to be AIDS. Ja. Ja er kann rückwärts schlagen. Okay. Habts verstanden. Verstanden. Sicher? Ja bete doch deinen heiligen Mogen an. Für sich auch erstmal jemand anbeten. Oh. Bete bete. Bete knietern. Bete knietern. Ja mein Schild. Ja genau. Bugs-Bug-User. Ja. Falschen Typ angeschossen. Scheiße. Ja. War zwar voll drauf. Aber jo. Da da da. Interessiert mich nicht. Na scheiße. Ja. Eher nur wieder. Alter. Dieser Huchensohn. Der geht mir so auf den Sack. Ja. Und der ist einfach instant da hinten. Sicher. Vor 5 Sekunden war er noch hier. Und dann ist er sofort da losgeraten. Mit Nitro in seinem Arsch. Ja. 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 Er kann halt alles während er läuft. Komm ich bin jetzt hier runter. Ja. 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 Lass mich doch nicht ruhig, ich bin... Ich weiß doch schon selber um. Ja, er kann... Er hat keinen Nach... In welchem er nachlebt, kann er noch schießen dabei. Okay, ja. Er kann halt alles. Das ist ja auch irgendwie so. Er hat sich selbst gezeugt. Wie viel erzeugt? Ach, Christos, ich kann nicht so richtig nachladen. Kurz bevor ich überhaupt fertig bin oder Schwergern meinen Kack wieder anhebe, kann ich noch eiskalt mit meiner Mutter ficken. Oh. Es ist ein besonderes Vieh. Es kann mit sich selbst und seiner vierten Generation schlafen. Was? Ja, er kann mit seiner vierten Generation schlafen. Alles klar. Ja. Einfach mal drauf schießen, auf das Prinzip zu fangen. Ein Untermensch, der mit seiner Axie mal spammen muss. Ein Untermensch, der mit seiner Axie mal spammen muss. Ja, das ist wieder ruhig, der kleine Cheater. Ja, genau. Du Wohrensoren, genau. Geht dich einfach unvergraben. Geht deine Mutter ein Puff ausbuddeln, Alter. Weil ich ruhig... Naja, nee, ist klar. Erzähl halt, ja. Erzähl mir, was man tot hat. Erzähl mir, wie deine Mutter gestorben ist. Ich will's wissen. Ich will's wissen. Ja, ich bockle sie aus, die dumme Hure. Du Pederhurensohn. Fress meine Scheiße. Hehehe. Hm. Nein. Alles klar. Also haben wir wieder eine witzige Runde, wo oft du raus bist. Ich glaub, mein Partner hat keinen Bock mehr. Ähm. Tja. Wenn's euch gefallen hat, das ist die Bewertung da oder sowas. Jetzt fang ich schon an wie andere YouTuber und äh. Wir sehen's beim nächsten Mal oder so, ne? Tschüss. Termine Person Wures Tja